Arash spricht ja auch oft in Elmshorn mit in der Übersetzung. Und heute bin ich mal bei euch und freue mich. Leider habe ich keinen Parkplatz gefunden. Aber ein kleiner Fußmarsch ist ja auch gut. Gut, ich möchte jetzt gleich mit ins Wort hineingehen. Und ich möchte einmal anders anfangen, als ich normalerweise meine Predigten anfangen. Normalerweise lez ich ein Bibelwort oder ein paar Bibelzätze vor und Predigten darüber. Heute möchte ich zuerst einmal mit euch teilen, was mein Herz zutiefst bewegt. Und lez dann im Abschluss die Bibel. Erst einmal möchte ich darüber sprechen, was wir eigentlich alle schon wissen. Ich spreche über die Basis-Wahrheiten des Evangeliums. Aber mit diesen Wahrheiten ist es manchmal so, man kennt sie, man weiß sie, aber doch lebt man nicht richtig in ihnen. Deshalb werde ich euch jetzt mal an einige Dinge erinnern. Also, zunächst wissen wir, dass wir durch Jesus Christus mit Gott dauerhaft verbunden sind. Das heißt, Jesus ist die einzige Verbindung zu Gott. Da ist niemand anders, der uns mit Gott verbinden kann. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass es nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen westlichen Welt eine sogenannte liberale Theologie gibt. Ja, die legt die Bibel teilweise komplett anders aus. Und so hatte ich mal ein Gespräch mit Theologen. Und ich habe diesen Bibel-Fers ein, dass Jesus sagt, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und dann kriegte ich folgende, erstaunliche Antwort. Ja, das stimmt. Niemand kommt zum Vater. als durch Jesus. Aber zu Gott kann man auch anders kommen. Ich sage, was ist das? Ist Gott jetzt jemand anders als der Vater? Und manchmal ist das so, dass Dinge in der Bibel zerschnitt werden, die gar nicht zerschnitt werden können. Also nur um es klar zu machen, Gott ist derselbe wie der Vater. Und wenn Jesus von Gott spricht, spricht er vom Vater. Und wenn er vom Vater spricht, spricht er vom Vater. Und Jesus ist der einzige Weg, die Trennung zu Gott aufzuheben. Weil er als einziger die Schuld, unsere Schuld oder die Strafe unserer Schuld auf sich genommen hat. Ich bin häufig in Indien gewesen. Ich glaube 10 oder 11 Mal. Und dann war ich, eines Tages bin ich, habe ich ein Tempel besucht dort in Indien. Und in den Tempel durfte man nur barfuß rein. Und es gab ja auch Außenbereiche im Tempel. Also wo keine Decke war. Und die Sonne war sehr heiß. Und der Boden war unglaublich heiß. Und ich als Deutscher lauf ja nun nicht so oft barfuß durch die Gegend. Ich ging dann immer so. Weil der Boden so heiß war. Und dann war so ein Tempelführer, der ging so ganz ruhig neben mir hier. Und der, der, der in den Mabbet kärmmikend, viel Aram umd bei Samen. Der hatte wahrscheinlich schon so eine Schichthornhaut an den Füßen. Und er sagte mir dann, weil er mich als Europäer erkannte. Ihr Christen macht euch das ja leicht. Er sagte, wir glauben, dass, alle Menschen für ihre Taten auch bezahlen müssen. Und im Hinduismus ist es so, dass man dann an die Reinkarnation glaubt. Das heißt, wenn du Gutes getan hast, dann kommst du als höheres Wesen wieder zurück. Und wenn du schlechtes getan hast als niedriges Wesen. Also wenn euch mal eine Maus durch die Wohnung läuft. Dann war das vielleicht euer böse Nachbar. Und er sagt, wir müssen für alles bezahlen. Und er sagt, so stimmt das nicht. Wir glauben, dass wir auch für alles bezahlen müssen. Und er guckte mich etwas Erstaunt an. Und dann fragte ich ihn, was meinst du denn, wie du wieder in der Reinkarnation wiederkommst? Und dann fragte ich ihn. Und ich fragte mich, was wir glauben? Wir glauben, dass wir für jede Schuld bezahlen müssen. Aber wie wäre es, wenn jemand anders für dich bezahlt? Unsere Schuld wird nicht einfach ausgewischt. Und das ist Jesus Christus. Und es gibt niemand in dieser Welt, der jemals die Schulden der Menschen bezahlt hat. Und es gibt viele Religionen. Viele Leute haben vieles geschrieben. Aber nur einer hat unsere Schulden bezahlt. Und das ist Jesus Christus. Er ist der einzige Weg. Er macht die Trennung weg zwischen Gott und uns. Er ist eine offene Tür für alle Menschen. Er hat die Schuld auch bezahlt für alle Menschen. Er hat die Schuld auch bezahlt für alle Menschen. Ich glaube nicht, dass Jesus nur für einen Teil der Menschen bezahlt hat. Er hat für alle bezahlt. Und er ist eine offene Tür. Und man kann durchgehen zu Gott. Aber man kann auch draußen stehen bleiben. Also die Entscheidung, die wir treffen müssen, ist durch diese Tür zu gehen. Also das, was Jesus uns frei gemacht hat, auch auszunutzen. Und das nennen wir dann Bekehrung. Oder Lebensübergabe. Oder die Lebensübergabe. Oder die Lebensübergabe. Oder die Menschen aufzunehmen. Oder die Menschen aufzunehmen. Oder die Jesus Christus glauben. Oder die Jesus Christus glauben. Und wir wissen, wenn wir durch diese offene Tür gehen, dann bekommen wir ein neues Leben. Und der Geist Gottes wohnt in uns. Das ist das großartige, was Jesus uns bringt. Und das wissen wir alle. Und das wissen wir. Manchmal gibt es auch so kleine unterschiedliche Dinge bei Christen. Einige denken, einen wird erst vergeben, wenn man durch die Tür geht. Einige denken, dass die Menschen aufzunehmen. Aber was nutzt eine offene Tür, wenn ich nicht durchgehe? Wir wissen auch, dass wir einmal aufstehen werden. Wir werden aufstehen, und zwar nicht nur die Christen. Alle Menschen werden aufstehen. Die Bibel sagt, dass alle Gräber sich öffnen werden. Dass das Meer und das Totenreich sein der Toten wiedergeben wird. Es ist nicht so, dass nur die, die gläubig sind, aufstehen werden. Dass man quasi immer da landet, was man glaubt. Sondern alle Menschen werden aufstehen. Und das ist eigentlich sehr ernst. Denn wenn Gott uns aufweckt, wenn wir wieder aufstehen können, dann werden wir alle Rechenschaft geben müssen über das, was wir getan haben. Und wir können uns nicht mehr verstärken. Wir können uns nicht mehr wegducken. Wir können uns nicht mehr wegducken. Wir können uns nicht mehr wegducken. So unter uns Menschen ist es ja so. Man kommt in Streit mit jemandem. eine Person zu beenden, eine Person zu beenden. Und dann schlussend aus Verlust. Und sie sagt, dass ich etwas Böses zu dir. Aber diese Person einfach zu beenden. Und er sagt, dass ich das Böses Böses zu dir. dass ich das Böses zu mir sage. Aber das kommt ja nur, weil du etwas Böses zu mir gesagt hast. Wir haben immer so gewisse Argumente, dass wir uns so rausziehen aus der Verantwortung. Wir haben immer so gewisse Argumente, dass wir uns so rausziehen aus der Verantwortung. Sie sagen, warum sind Sie den Rückwärts gefahren? Man kann sich immer rausreden. Die schlimmsten Diktatoren reden sich raus. Und stellen sich dar, als ob sie nur gut Menschen sind. Aber wenn der Tacht des Gerichts kommt, wird sich niemand mehr rausreden können. Wir werden in einem Licht erscheinen, wo Leute erst mal denken, oh wie schön ein Licht. In diesem Licht kann man aber alles sehen. Alles was du je gedacht hast. Deine geheimsten Pläne. Alles was du im Verborgenen getan hast. Alles wird sichtbar. Auch bei uns. Aber bei uns heißt es dann, bei uns kommt dann Jesus. Und sagt, ich habe für Sie bezahlt. Und wir können eingehen und das Reich unseres Herrn. Aber bei jemandem ohne Christus ist da niemand. Niemand, der für ihn einsteht. Und deswegen, weil alle Menschen einmal vor Gottes Thron erscheinen müssen. Weil wir alle aufstehen. Weil wir alle verantwortlich sind für das, was wir tun. Weil es nur einen Erlöser gibt. 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 Wir sagen, wie schön, dass wir an Jesus glauben. Und es ist auch so schön mit Jesus. Und er hilft uns und er tröstet uns. Aber Jesus ist lebensentscheidend für jeden Menschen. Ohne ihn gibt es kein ewiges Leben bei Gott. Das heißt, dein Nachbar braucht unbedingt Jesus. Genau so wie du selbst. Der Glaube ist keine Privat Sache. Er ist lebensentscheidend. Bei uns in Deutschland fragen manchmal Leute, warum er überhaupt missioniert? Lass die Leute doch in ihrem Glaube. Da sind ein paar deutsche Missionare in einem Arabischen Land und werden dort gefangen genommen. Und die deutsche Presse schreibt, ja warum mussten die dann auch da hingehen? Weil jeder Araber und jeder Hindu und jeder Moslem und jeder irgendwo braucht Jesus. Ich versuche gerade euer Herz ein bisschen zu erwärmen. Dass wir nicht anfangen den Glauben nur für uns zu leben. Dass wir uns darüber ärgern, dass unsere Gottesdienste nicht so sind wie früher. Sondern wir tragen etwas in uns, was jeder Mensch braucht. Nämlich Jesus Christus. Und er ist Jesus Christus. Stell euch vor, jemand findet ein Impfstoff gegen Corona. Und versteckt das bei sich zu Hause. Und in der Wohnung erinnert. So etwas macht man nicht. Sondern wenn man etwas hat, was die Welt braucht, dann gibt man es auch der Mensch. Und wir haben etwas, was die Welt braucht. Nun sind wir teilweise auch etwas leiser geworden. Weil wir etwas gemerkt haben, wenn wir mit anderen über Jesus sprechen. Und zwar das Wort allein irgendwie nichts nützen. Wir bekennen uns zu Jesus. Wir bezeugen Christus. Aber irgendwie fehlt oft etwas. Und wir merken das ganz genau. Und das können wir auch nicht selber machen. Ein Mensch braucht eine Offenbarung Christi in seinem Leben. Wir können einen Menschen nicht dazu zwingen zu glauben. Wir können ihn auch nicht manipulieren. 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 Selbst die schönste Musik. Bei den Ahrenk und Musiken Ziemann. Komm doch zum Glauben. Komm doch zum Glauben. In Hamburg sagt man so lüb das nicht. So läuft das nicht. Das nützt nichts. Sondern ein Mensch braucht eine Offenbarung Christi. Gerade jetzt in Corona-Zeiten merken wir, ob Menschen eine Offenbarung Christi hatten oder nicht. Wenn es nur die schönen Gottesdienste waren, dann bleiben Sie weg. Aber wenn Christus in euch wohnt, dann kommt ihr. Also jeder Mensch braucht eine Offenbarung Christi. Das wissen wir auch. Und jetzt komme ich überhaupt zu meinem Punkt. Weil das alles so ist. Und weil jeder Mensch eine Offenbarung Jesu Christi braucht. Und weil jeder Mensch eine Offenbarung Jesu Christi braucht. Und weil ich Jesus darum gebeten und sage, Herr, bitte Offenbar dich. Und weil ich mich daran erinnere, dass meine Worte allein nicht genug Kraft haben. Es muss die Kraft Gottes rein. Und ich bete der Herr Offenbar dich. Und ich stelle dir in dem Gebet irgendwie so etwas vor, dass ich so eine Art Zuschauer bin. Und ein Mensch oder Menschen sind da gegenüber und plötzlich Offenbar sich Gott in. Wauw! Manchmal denkt man, das ist wie bei der Tempel Einweihung. Die Leute stehen da, aber die Herrlichkeit Gottes kommt auf den Tempel. Und so bete der Herr Offenbar dich, diese Welt. Und diese Welt braucht dich. Aber irgendwie kam ich dann auf die Idee, mal zu fragen, wie offenbarst du dich denn eigentlich diese Welt? Wie willst du das machen? Willst du plötzlich in die Träume der Leute reinsprechen? Oder willst du, dass so ein großes Licht aufleuchtet wie bei Paulus? Oder dass irgendetwas Unglaubliches geschieht und die Leute sagen, Christus. Also fragt dich, wie offenbarst du dich? Und diese Antwort, die ich dann bekam, die mich total bewegt hat. Ich meine, wir sagen doch, wenn wir gläubig sind, dass Christus in uns lebt. Ist das so? Also Christus lebt in den Seinen. Das bedeutet ja, dass Jesus hier ist. Manchmal dachte ich, wenn Jesus sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Dann besetzt er irgendwie so einen Leerenplatz hier. Hier irgendwo sitzt Jesus noch. Aber wenn Jesus in uns ist, dann ist er ja da. Er ist zwar unsichtbar. Aber wir sind sichtbar. Aber wir sind sichtbar. Stellt euch mal vor, kennt ihr die Speisung der 5,000? Da sagten die Jünger, ja, ja, wie können wir so viele Leute was zu essen geben? Wir haben hier Nummer 5 Brot und 2 Fische. Und dann sagt Jesus doch, gebt ihr ihnen zu essen. Ich meine, eigentlich hätte er doch sagen müssen, nein, ich regle das schon. Und in Wahrheit war das ja auch so, dass das ganze Essen zu ihm kam und er hat dann Gott gedankt und dann wurde es immer mehr. Aber er sagt, ja, gebt ihr ihn zu essen. Aber er sagt, ja, gebt ihr ihn zu essen. Und es ist nur so. Genau so ist es. Denn Jesus ist jetzt unsichtbar. Er vermiert das Brot. Aber das kann niemand sehen. Aber wir Teilen uns aus. Immer mehr. Immer mehr. Immer mehr. Wo kommt diese ganze Kraft hier? Wo kommt diese ganze Brot hier? Wo kommt das alles mehr? Ja, weil Jesus immer noch auf dieser Erde ist. Nur nicht in dem Körper von Jesus von Nazareth. Sondern in unseren Körper. Jetzt guckst du dein Körper an. Und sagst, naja, der Wohnort ist nicht so wunderschön. Also als ich hier mein neues Hemd anprobiert habe. Da fand ich das eigentlich ganz schick bis hier. Aber dann guckte ich so an mir runter. Und konnte schon fast meine Füße nicht mehr sehen. Weil eine gewisse Alp, ein Alpmassiv, eine Wölbung. Korona-Bauch. Und vielleicht guckst du dich auch an und sagst, also, das ist ja. Vielleicht stellen wir uns Jesus von Nazareth noch so ganz anders vor. So eine Art Superman. Und du guckst dich selber an und denkst, und das ist jetzt Jesus? Ja, du bist ein Teil von Jesus hier auf der Erde. Und jetzt verstehen wir, glaube ich, worum es geht. Als ich gebetet habe, Herr, offenbare dich dieser Welt. Da sagt er, ja, das werde ich tun. Und er sagt, ja, das mache ich. Durch meine Gemeinde. Das heißt, durch uns. Durch dich. Durch dich und mich. Wir sind quasi der verlängerte Arm Jesu Christi. Wir sind es. Und plötzlich wurde mir klar, es ist unsinnig ein Wunder außerhalb von mir zu erwarten. Und ich glaube, Gott will es durch mich tun. Er will seinen Willen durch mich tun. Und durch dich. Und ich glaube, wenn wir das einmal ein bisschen zacken lassen. Und ich glaube, wenn wir das einmal ein bisschen zacken lassen. Und ich glaube, wenn wir das einmal ein bisschen zacken lassen. Dann wird das Leben plötzlich wieder ganz aufregend. Wir mögen vielleicht schon 20 Jahre lang Christ sein. Aber wir haben uns daran gewohnt. Schöne Gottesdienste und auch nettes Leben. Und wir sind ja Christen. Aber plötzlich stellst du fest, ich bin der verlängerte Arm Jesu Christi. Meine Lebensbestimmung ist, dass Jesus durch mich das vollenden kann, was er begonnen hat. Und wir schauen uns mal Jesus an, wie er gehandelt hat. Ich meine, am Anfang dachte ich, ja, sollen wir jetzt die Zeichen und Wunder tun. Also geht es jetzt um Zeichen und Wunder. Ich meine, das ist ja sehr im Fokus auf der Charismatik. Zeichen und Wunder. Aber wir müssen mal schauen, was war eigentlich die Qualle Jesu für die Dinge, die er getan hat. Aber wir müssen mal schauen, was war eigentlich die Qualle Jesu für die Dinge, die er getan hat. Warum hat er geheilt? Warum hat er Menschen befreit? Warum hat er Menschen befreit? Warum hat er das getan, um zu beweisen, dass er Gottes Sohn ist? Das haben wir ja gerne. Das ist so ein Beweis da ist. Wir diskutieren mit Leuten und die sagen, Gott gibt es gar nicht. Und dann lassen wir irgendwie das Pult schwimmen. Und Gott gibt es. Und jetzt muss doch jeder begreifen, dass es Gott gibt. Aber Jesus wollte nie beweisen, dass er der Sohn Gottes ist. Alle seine Wunder hatten eine Quelle. Und das war Barmherzigkeit. Und das war Barmherzigkeit. Jesus handelte aus Barmherzigkeit. Er hat keine Wunder, um die Leute zum Staun zu bringen. Er hat keine Wunder, um die Leute zum Staun zu bringen. Sondern er handelte aus Barmherzigkeit. Er heilte, weil Menschen krank waren. Er predigte die gute Botschaft, weil Menschen gefangen waren in religiöse Heuchelah. Und das war ganz interessant. Die spektakulären Wunder, die so ein bisschen anders sind. Zum Beispiel, dass Jesus auf den Wasser ging. Oder dass, warte mal, ich hatte noch so, der verdauerte Feigenbaum. Wenn Sie einige daran erinnern. Oder die Verklärung Jesu. Oder selbst seine Auferstehung. Oder sogar die Aufmerksamkeit. Also diese ganz spektakulären Wunder, die ich gerade erzählt habe. Die haben nur Jesu jünger gesehen. Die Welt hat folgendes von Jesus gesehen, dass er sich immer wieder erbarmte. Jesus wollte nie durch die Wunder beweisen, dass er Gottes Sohn ist. sondern er liebt einfach die Menschen und war Barmherzigkeit. Und wenn Jesus Christus sich jetzt durch uns offenbart. Dann durch unsere Liebe und Barmherzigkeit. Und ich bin überzeugt, die Wunder werden folgen. Jesus Christus will also, dass wir sein Werk vollenden. Er will durch uns sein Werk vollenden. Jesus Christus will also, dass wir sein Werk vollenden. Er will durch uns sein Werk vollenden. Nun denkt man, er ist doch vollbracht. Er ist doch für uns gestorben. Aber ich lese euch mal vor, was damit gemeint ist. Im ersten Timotheus Kapitel 2 steht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will, dass dein Name wiederkommen, dass dein Freund und dein Vater gerettet werden. Gott will, dass dein Freund, dein Arbeizkolleges gerettet werden. Gott will, dass dein Kind gerettet wird. Gott will, dass deine Mutter und dein Vater gerettet werden. Gott will, dass deine Freundin, dein Anruf und deine Mädchen gerettet werden. Und du sagst, Herr, ja, mach doch mal was. Ich hab schon so Dinge geredet, aber die wollen ja nicht hören. Und der Herr sagt, ja, ich mach was. Und du sagst, ja, ich mach was. Durch dich. Durch dich. Durch dich. Jesus vollendet sein Werk durch uns. Aber die Frage ist, wie tut er das? Spektakuläre Wunder und Zeichen. Ich glaube, er tut es in erster Linie durch etwas anderes. Etwas, was unter Christen keine hohe Konjunktur hat. Das Problem ist, dass wir zu wenig den Charakter Christi widerspiegeln. Das Problem ist, dass wir zu wenig den Charakter Christi widerspiegeln. Seht mal, ich bin jetzt 40 Jahre Pastor. Ich bin nämlich schon mit einem Jahr Pastor geworden. Ich bin 40 Jahre Pastor. Ich habe manch eine karismatische Gemeinde gesehen mit Wunder und Zeichen und Unglaublichen Ding. Aber viele von denen sind gar nicht mehr heute. Sie haben sich zerstritten. Sie waren rechthauberisch. Sie konnten kein Frieden halten. Ich glaube, dass da durch Jesus wieder gespiegelt wird. Nur Zeichen und Wunder, dass du ein Zauberer. Aber wir gehören zu Christus. Bei uns geht es darum, dass wir seinen Charakter wieder schpiegeln. Wir haben ja in Schleswig-Holstein ziemlich strenge Corona-Regeln. Da darf die Gemeinde zum Beispiel überhaupt nicht singen. Schon seit Monaten. Und das Feld den Geschwistern richtig schwer. Und es ist auch nicht leicht. Aber dann mögen sie auch gar nicht mehr kommen. Und sie gucken immer nur danach, ob sie dann auch mal wieder mitzingen dürfen. Und irgendwann habe ich mich gefragt. Und das ist der Kern des Evangeliums, das wir singen dürfen. Und ich merkte, dass sich bei uns etwas verschoben hat. Und ich merkte, dass sich bei uns etwas verschoben hat. Und wenn sie plötzlich nicht mehr stattfindet. Und wenn sie plötzlich nicht mehr stattfindet. Dann sind wir unszufrieden. Und wir sind in diesem Moment niederzüge. Aber Jesus liebt die Menschen. Aber Jesus ist ein Mensch. Und er möchte sie durch uns erreichen. Und er möchte sich durch uns erreichen. Er möchte sich ihnen durch uns offenbaren. Er möchte sich durch uns offenbaren. Und ich glaube mir, für die Menschen ist es nicht wichtig, ob wir hier singen dürfen. Und wir behaupten, für die Menschen ist es nicht wichtig, ob wir hier singen dürfen. Und wir behaupten, dass es für sie nicht wichtig ist, dass wir etwas von der Liebe Christi widerspiegeln. Aber es ist wichtig, dass wir etwas von der Liebe Christi widerspiegeln. In unserer Gemeinde habe ich ein Schreitgespräch mit einem Mann. Man hat sich in der Kirche ein Schreitgespräch mit einem Mann. Der sich darüber ärgert, dass er sich die Hände desipizieren soll, wenn er in die Gemeinde kommt. Und er kommt mit tausend Argumenten, warum das nicht nötig ist. Und mit tausend Argumenten, warum das nicht nötig ist. Wenn das jemand von außen erfährt. Was meint ihr wohl? Sehen die Christus in uns? Oder schütteln die nur noch den Kopf. Und sagen, was für Idioten sind denn die Christen? Seht mal, es geht wirklich um etwas Lebensentscheidendes. Das ist kein Spaß. Und wir haben viele Gemeinden und viele Bewegungen, die sind darauf aufgebaut, dass man richtig kompakte und total durchgestylte Gottesdienste hat. Und wir haben viele Kliste und die Freude, die sehr vereint sind. Und wir haben viele Jelassen, die sehr vereint sind, die sehr vereinten sind. Und sehr vereinten sind die Musiker. Und sie haben sehr vereinten. Super Moderatorien. Super Predigt. Und ich habe das Gefühl, dass Gott uns alles aus der Hand schlägt. Und sagt, Leute, darauf kommt es nicht an. Ich will mich durch euch offenbarnen. Die Welt soll mich sehen in euch. Das ist die einzig wichtige Frage. Nicht wie viel gibt's du, wie viel Zehn gibt's du oder so. Sondern erkennt man den karakter Jesu, Indien. Die Leute, wenn sie dich kennenlernen, irgendwie, du bist zwar nicht Jesus, aber irgendwie ein bisschen kann ich daran sehen. Merken die Leute, wenn sie in so ein Gottesdienst kommen wie hier, dass sie sagen, also ich hab ein bisschen das Gefühl, ich bin direkt bei Jesus. Einfach, wie wir miteinander umgehen. Seht mal, wenn eine Gemeinde zum Beispiel Lobpreis und wirklich die Augen schließt und Gott Lobt. Und dann ist der Gottesdienst zu Ende. Und im Foyer wird darüber diskutiert, wer hier was zu sagen hat. Und es wird darüber gestritten, wer hier der Größte oder die Größte ist. Denn können wir unseren ganzen Lobpreis vergessen. Das nützt alles nichts. Den haben wir nur für uns. Aber die Welt, die uns braucht, ihnen sind wir etwas schuldig. Die Welt, die uns braucht, die sieht davon, dann nichts. Das ist mir ein sehr ernstes Thema. Ich weiß ja nicht, warum Corona ist. Weshalb Gott es zugelassen hat oder vielleicht sogar insiniert hat. Ich weiß, was Corona erzeugt. Aber ich weiß, was Corona erzeugt. dass Gott uns nämlich Dinge aus der Hand schlägt. Dass Gott uns die Dinge aus der Hand schlägt. Damit wir das Wesentliche wiederfinden. Dass wir wirklich wiederholen können. und das können wir uns wiederholen können. Und wir können das wiederholen können. Kennt ihr das? Ich esse sehr gerne schönes Essen. Und mit der Zeit gewöhnt man sich daran immer schön zu essen. Und dann gibt es ja eine sehr unangenehme Krankheit. Dass dir im Bauch ganz schlecht wird. Und du musst dich übergeben. Ja, dir ist schweig übel. Du magst gar nichts essen. Alles schrecklich. Schon der Geruch wird dir wieder übel. Und wenn man dann wieder gesund wird. So eine ganz einfache Kartoffelsuppe oder irgendwie so was ganz ganz einfach ist. Da sagst du, ich wusste gar nicht wie schön das schmeckt. So ist das, wenn Gott uns Dinge aus der Hand schlägt. Und wir merken plötzlich wie was wirklich wichtig ist. Korona will uns mehr an Christus binden. Korona will uns mehr an Christus binden. Und du musst dich mal bitten, dass du mal das ganze Kapitel von Johannis 17 vorliest. Und du musst dich mal aufhören. Und du musst dich mal mit den Ohren dieser Predigt. Und du musst dich mal mit den Ohren dieser Predigt mit den Ohren dieser Predigt mit den Ohren dieser Predigt. Und du musst dich mal mit den Ohren dieser Predigt mit können. Ich habe sie von ihnen und sie haben sie mit mir gefehlt. Und sie haben sie verabschiedet. Nachher haben sie, wo ihr von mir gefehltet ist, zu den sie von mir gefehltest. Für die Leute, die ich mit ihnen gefehltete, und sie haben sie das von ihnen gefehltet, und die ich anwesst, dass sie von ihnen aus dem Ort kam, und ich meine mein Heiligen Satan habe, dass ihr sie mit mir beantwettet. Ich habe meine Verhältnisse für sie, ich bin nicht für die Welt, sondern für sie zu denen, dass du mir beendet hast, wenn du mir beendet hast, dann bist du. Jeder, was mir ist, 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 und jeder, was mir ist, 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 und jeder, was mir ist, 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 und in ihnen gelade. Ich bin nicht in den Geheimen, aber sie sind immer in den Geheimen. Ich bin vor dir zu dir gekommen. Ey Ptero-Kuddus! Sie haben ihre Kraft, die mir beendet hat, dass du mir beendet hast, bis wir sind, bis wir sind. Ich habe diese Zeit, bis wir sind. Ich habe diese Zeit, die ich mit ihnen beendet habe. Ich habe diese Zeit, und ich habe diese Zeit, die ich mit mir beendet habe, nicht mehr. Es hat sich nicht mehr als sie, sondern die Geheimen des Geheimen, bis sie die Bibelung des Geheimen zu sagen, die die Bibelung des Geheimen zu sagen. Aber ich habe mich vor dir, und diese Zeit zu sagen, dass ich diese Zeit in meinem Leben immer noch in den Geheimen, bis ich mir selbst in den Geheimen zu haben, um mir zu einem Schadern zu machen. Ich habe meine Beobachtung zu ihnen, aber die Welt hat ihnen zu ihnen nicht gebraucht, Für die Welt nicht zu tun, ich meine, dass ich nicht zu tun. Ich habe meine Sachen nicht an, dass sie bei diesem Leben anwesagert werden. Ich will nur an diesem Leben anwesagert zu haben. Wir können anwesagert auf diese Welt nicht zu tun, ich meine, dass ich nicht zu tun. Ich habe meine, dass ich in der Realität nicht ausgemacht habe. Ich beziele, dass du eine Wahrheit in diesem Leben verwendest. Ich habe meine, dass du einen Geheimen verwendest. Ich habe die Verlust für sie zu einem Verlust. Ich habe die Verlust für sie zu einem Verlust. Ich habe meine Verlust für sie nicht nur für sie, sondern auch für sie, die von denen von ihnen zu einem Eier will ich mir auf mich verliehen. Bis sie alle einen, die du, O Vater, in mir bist, und ich in dir, verletzt, dass sie in mir nicht in mir sind, bis sie die Eier zu einem Eier verliehen, bis ich mir auf die Welt verliehen. Und ich habe dieel, die ich beflogen habe, zum Beispiel von mir, das wir haben, bis ich einst. Ich bin der Anan und ich bin der Anan, ich bin der Anan. Ich bin der Anan, ich bin der Anan, ein gutter. Bis der Welt sagt, dass du mir geholfen hast, und du hast alle die Liebe, die du mir lieben hast. O, Vater! Ich will, die Leute, die mir geholfen hat, bei mir leben. Ich bin der Ort, die ich bin, bis der Welt, die du mir geholfen hast. Denn, nach der Lied der Welt, die du mir lieben hast. O, Vater, Adel! Merkt ihr wo das Herz Jesu schlägt? Warum betet er sowas? Noch mal Vers 22. Die Herrlichkeit die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben. Das bist du und ich. Die Herrlichkeit Jesu ist jetzt bei dir. Beraie či? Damit die Welt erkennet, dass Jesus in uns wohnt. Wir sind die Bibel für die Welt. Wir sind die Bibel für die Welt. In uns erfüllt Gott sein Wort. Und wir sind Jesus für die Welt. Durch uns wirkt er. Und dafür gibt er uns seine Herrlichkeit. Elim, lasst das einfach mal in Ruhe zacken. Ich hoffe, dass in euch ein Feuer anfängt zu brennen. Ein Feuer, was nicht aufhört. Ein Feuer von Jesus. Was uns alle dazu treibt, zu sagen, Wir wollen nicht mehr für uns leben, sondern für ihn. Und wir wollen, dass du dich, Jesus, durch uns offenbarst. Und wenn du streit mit deinem Bruder und deiner Schwester hast, dann versöhn dich. Du brauchst nicht mehr Recht haben, Risch zu sein. Du brauchst auch nicht der Größte zu sein. Sondern der Größte wohnen in uns. Und er kann großes tun. Und er kann großartig sein, durch ganz einfache Leute. Ich würde gerne noch einmal beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen. Heute Morgen habe ich zu einer Gemeinde gesprochen, die gemischte war aus Deutschen, Iranern, Afrikanern. und auch Südamerikanern. Heute Abend spreche ich zu einer Gemeinde von meistens Iranern. Es spielt für dich überhaupt keine Rolle, welche Hautfarbe, welche Nation, welches Volk. sondern durch dich sind wir eins. Wir gehören nicht nur zusammen. Wir gehören nicht nur zusammen. Ma nicht nur zusammen. sondern wir sind dein Leib. Wir sind dein Leib. Die Welt soll dich erkennen, durch uns. Wir müssen uns. Egal woher wir kommen. Egal welche Kultur. Egal welchen Hintergrund. Du hast dir eine Schah erworben, die absolut besonders ist. Du hast dir eine Schah von Menschen erworben, die total besonders ist. Und das sind wir. Und das sind wir. Herr, und ich bitte dich, dass du dieses Wissen in uns so tief versengst. Das ein neues Feuer in uns entflammt. Nicht mehr für uns selbst zu leben. Sondern für dich und für diese Welt. Aber für dich und für diese Welt. Amen. Gott segne euch. Gott segne euch.